Willkommen zurück zu Super Mario Bros 3. Ich bin immer noch dran und äh, he he. Ja, ich könnte jetzt auch in die 4 gehen, aber komm, Tennissock, Bruder. Komma, Bruder, komm, locker. Ich war klein, ne? Ja, wie er sich an dem Sockending vorbeiglitt, ich krieg die Krise. Ach, da kriegst du so... Oh, jetzt hab ich schon schöne Trimmel. Hast du schon meine schöne Trimmel gesehen? Das ist ja auch ein wunderschönes Experiment, ja, ein Experiment. Richtig, Chris, alles klar. Pisser. Pisser. Und was kriegt er? Ja, natürlich. Hammer, Bruder. Ich hab'n Hammer gekriegt, sag mal. Ist doch wunderschön. Wunderschön. Was waren die Welt 4 nochmal? Äh, irgendein Assi-Level. Egal, ich geh'n die Pyramide. Komm. Die ganze Welt war ein Assi-Level, aber nicht schlimmer als die nächste Welt. Die nächste Welt war Assi-Level. Das war doch, glaub ich, die Wasserwelt, ne? Mhm. Och, das Level ist auch wunderschön. Es geht eigentlich sogar noch vom Schwierigkeitsgrad. Die Pyramide ist grässlich. Jetzt stirbst du. 100 pro. Ach, schade. Ich kann halt aufpassen. Sag dir und starb im letzten Part mehr als genug. Ja. Dreimal. Dreimal ist mehr als einmal. Äh, Kraftzahl, danke für diese Info. Tschüss. Erstmal runtergerutscht. Du kommst mal her. Das kann ich mir mal mitfallen, Chen. Keine Lust, mich da drunter durchzubücken. Bück dich und mach mir die Krabbe. Musst, glaub ich, oben lang, ne? Ja. Aber nicht hier. Links ist falsch. Andres links ist richtig. Tschüss. Ach, komm schon. Oh, Mann. Spring doch. Ja, Mei. Spring doch nur. Aber nicht so. Das kriegen wir auch noch hin. Okay. Du dich. Gab's ja nicht irgendwo so einen Sprung, Dings, Bums? Ja. Oder in Wissenburg-Rein-Block. Und ich wusste nur nicht mehr, wo er war. Boah, geil. Das lohnt sich ja total. Na klar, Münzen sind Münzen. Ja, klar. Die Münzen sind Münzen. Kann ich den auch irgendwie nehmen? Ne, die P-Switches hier kannst du nicht nehmen. Hast du toll gemacht, Foxy. Dann immerhin die Münzen. Da rissen sie nur scheißig auf. Jetzt kommst du ja nie wieder raus. Ja, der kommt wirklich nicht mehr rein. Duck dich. Jetzt duck dich und mach mir die Krabbe. Ach, schade. Es wär's gewesen, wenn du ja nie wieder rausgekommen wärst. Ne, er hilft's aber auch nie, ne? Ne, das schaff ich auch nicht. Da komm ich nicht ran. Es wär's gewesen, wenn der nie wieder rausgekommen wärst. Dafür immer hätte ich bleiben müssen. Ja, ja. Duck dich und mach mir die Krabbe. Tschüss. Duck dich und mach mir die Krabbe. Ah, duck dich doch, Mann. Okay, jetzt muss ich mich nicht mehr ducken, aber jetzt muss ich aufpassen, der kommt nämlich wieder zurück. Du bist aber ganz schön schlau. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön blau. Ja, klar, ja, klar, ist klar, alles geplant hat er. Er hat alles gemacht, ich geh jetzt in die vier, mir scheißegal. Okay. Ne, ich geh ins Schloss. Irgendwie lassen wir die vier dauernd auch. Jetzt haben wir die vier auch schon rausgelassen. Ja, stimmt. Oh Gott, hey, du liegst auf deinen Augen. Du hast einen Lappen, ey. Ich geb die Krone auf den Arsch und lieg auf meinen Augen. Schlimmere Tag, kann's nicht geben. Die magische Wand. Oh Gott, ey. Oliver Kahn hat die Biene immer. Leute, ich verlinke euch mal unten in der Verschreibung, genau. In der Beschreibung. Das Best-of zu dem Together von Sluxy und Chris. Beide Teile. Wobei, der erste Teil reicht, zum zweiten kommt ihr dann automatisch. Also könnt ihr dann im Video klicken. Das ist witzig, das Best-of. Das ist witzig. Oh, scheiße, der ist wieder runter. Da hab ich jetzt nicht mitgerechnet, das ist blöd. Oh wow, ist es weit geflogen. So. Ich bin klein, ne? So ein Scheiß, ey. Boah, ist das Zeug schrecklich. Im Übrigen ist der Bullet Bill nicht runtergekommen, sondern das Schiff bewegt sich ja nach unten und oben. Fuck you, well, fuck you too, Physix. Und zwar ab hier. Ab hier bewegt sich das. Da hätt ich mir leichter was anderes geholt, als den Scheißdrick. Tschüss. 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 Ähm. War hier nicht irgendwo ein Ort, wo man den Hammer einsetzen konnte? Ja, da unten. Hier, ne? Ne, ne. Ja, doch, 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 da oben. Da konntest du zur Palme gehen. Jetzt bringe ich mich auf die Palme. Das gibt's nicht. Hallo. Peekaboo, die sind jetzt gerade der Herbjörn, jawel. Froggy. Ich dachte, da waren nur Froschkostüme drin, ne? Ja. Ach, scheißegal. Der böse Feuerbruder. Egal. Ich glaube, hier gibt's ne Flöte. Mhm. Müsst ihr die vier probieren? Ja, ich probier jetzt erst die vier. Ah! Hier bräuchtest du ne Feder. Ja. Wuhu! Seid froh, dass du abgerutscht bist. Schade. Fuck, physics. Ich hab halt kein Power-Up. Du bist wenigstens groß, versuch mal das Schiff. Was war das gerade eben? Ist hier nichts mehr hinten? Nö. Was war das gerade? Ich hab jetzt nicht hingeguckt. Ich bin in den Bruder da reingesprungen. Das hab ich jetzt nicht gesehen, weil ich grad Besuch bekommen hab. Haha, du liegst schon wieder auf den Augen. Ja, du solltest da mal zum Schiff gehen. Harry, Harry! Harry, Harry. Nimm ja viel Spaß, Foxy. Was? Du bist schon ein fieser Sack, ne? Du kannst es jetzt auch machen, so ist es nicht. Nee, jetzt versuche ich das Luftschiff nochmal. Das war jetzt so. Unbeabsicht, ja, aber ich fand's witzig. Wieso tanzt ihr eigentlich alles in der Welt? Wunderschön! Ausdrucks, ich möchte singen. Ich möchte singen. Ein Lied von Pumpe, keine Monigkeit zu bringen. Und einfach singen. Über das Sternenzelt. Und die gute Welt. Ich hätte so gedacht, dass ich das getötet hätte. Na. 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 So ist es auch ein Hater. Ich glaub's dir trotzdem gleich. Genau hier bist du gestorben. Bei dem kleinen Saftsack. Diesmal nicht. Ich möchte springen und dabei singen über das Sternenzelt und die gute... Diese Sau. Ja, Miete. Frecksack. Ich muss auch noch nach unten. Ich schieße. Ich möchte singen. Wo ist Waldo, äh, Mario? Moiro. Ja, wollt ihr ihn nicht sehen? Ja, er ist nicht im Bild. Ja, so musst du's machen mit Wo ist Waldo? Müsstest du denn solche Bilder raus und... Schraubenzieher! Schraubenzieher! Schraubenschlüssel! Schraubenzieher! Schraubenzieher! Der Rest war, glaub ich, noch ein Power-Up. Ah, Morten, oder? Ja. Ist ja ne Disco-Brille. Ho! Nein! Ja! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich furcht mir singen! Ja, ich hab' die Quittung noch. Ja, ich hab' die Quittung noch. Ja, ich hab' auch leichter was anderes gekauft. Ja. Schmeckt einfach grausam. Man sollte sowas nicht trinken, wenn's... Ja. Ähm... Nicht bekömmlich ist. Ja. Boah! Schieß du Arsch! I want to sing! Pisser! Ist doch Scheiße! Scheiße, SS! Wo ist Leugi? Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ihr habt nämlich gefunden! Da ist er ja! Der kleine Scheiße! Schraubendreher! 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 Schwimmel! Wir sind cool! Wir werfen mit Werkzeugen! Das sind ja voll die harten Ficker! Guck mal, ob da hinten dran noch was ist. Ja, ich dachte mir das ist ein Power-Up. Nö! Nö! Ich möchte singen! Mein Liebfum, wo keiner wohnt! Ich möchte springen! Und dabei singen! Über das Sternenzelt! Und die gute Welt! Der schafft's! Er schafft's auch noch! Das zweite Schiff in Folge! Ja, ja! Komm schon! Yay! Ah, die Fressehund! Ich hab keiner gefragt! Rrrr! 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 Scheiße ist er! Hat's Schluss nicht geschafft! Rrrr! 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 Scheiße ist er! Hat's Schluss nicht geschafft! Rrrr! Nur weil du gecheatet hast! Rrrr! 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 Ja, dankeschön! Rrrr! Ich hab meinen... Zaunerstab wieder! Rrrr! Ja, Todd! Da weißt ihr was hier bevorsteht! Ach ja, übrigens ein Prinz von der Prinzessin! Rrrr! Ein Prinz von der Prinzessin! Ich hab ein Bällchen! Rrrr! Es war ein Prinz von der Prinzessin! Oh nö! Die Welt, ich hasse sie! So schrecklich! Ich will das, ich will singen. Da ist der Reismann. Der King Kong Reismann. Sag mal, was bist du denn eigentlich, hä? Dich hat doch gar keiner gefragt. Achso, hier gehen die Dinge in Zeitlupe raus, stimmt aber. Das einzig Gute an dem Spiel. Es gibt nichts Gutes an Super Mario Bros. 3, außer das hier Zeitlupe. Es gibt nichts Gutes an Super Mario Bros. 3. Stimmt, Mabo hat mitgearbeitet, das geht ja nicht. Ach, er hat mit seiner ganzen Lagschaft wieder verpiss dich. Ich hab gesagt, verpiss dich. Ich möchte singen. Jetzt mal, wenn du an Land gehst. Ist hier unten irgendwas? Tatsache, da ist was. Na, Luigi tun die Luftblasen ab. Im Schritt gut? Peter Griffin. Sie haben wie so eine Ziege. So, viel Spaß mit dem nächsten Level übrigens. Wenn ich das schaff, darf er schon wieder ein Haus machen, ne? Ja! Ist schön, ne? Ich möchte singen. Lass mir doch auch mal ein Haus. Ich möchte singen. Und das Level hasse ich. Wie die Best. Wie die Best! Wie die Best! Halleluja! So, oh Gott war das knapp. Tetris! 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 Was? Arschloch! Scheiße, ist er! Scheiße, ist er! Scheiße, ist er! Wohoho! Woho! Noch lebst du. Die Donung geht auf noch. Der unten hat's auf dich abgesehen, der kleine Scheißer. Der verfolgt mich. Wenn er bei Großmutter hat, hat er nur noch einen Zahn und taut dir auf die Fresse. So. Jetzt fällst du runter und stürmst. Ach, schade. Wie er's halt schafft. Jetzt stirbt er noch an irgendwas. Passt auf. Schade. Boah, scheiße! You got a card. You got a card. Aber ich hab ein Leben gekriegt. Ja, hol dir halt das scheiß Haus da. Bin doch schon unterwegs. Bin doch schon unterwegs. Ich hab noch kein einziges Haus gekriegt. Immer mit der Ruhe. Dafür durfte ich doch nicht hier Memory. Doch, Memory durfte ich auch schon spielen. Ja. Oh, schon wieder ein Frosch. Ich hab nur einen Stern. Ich habe nur einen kacken Stern. Ja, ich hab ein Wölkchen, zwei Froschkostüme und einen Stab. Oh, nö. Könnt man dich töten? Nee. Ach so auf jeden Fall. Ich war unverwundbar. Ich war unverwundbar. Das ist doch dem Fisch scheiß. Natürlich. Natürlich. Da sind wieder was drin. Alter, das ist so kotzen, ey. So, komm. Wenn wir das nächste Mal sowas bringen, dann kaufe ich mir was Vernünftiges. Pass auf, du stirbst, ey. Weiß nicht, du triffst. Komm, 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 Hammerbruder. Ja, nein. Okay. Mit dem Ding kannst du da unten in das Spiel reingehen. Das werde ich auch machen. Cool, ne? Ja, ja. Dafür wirst du jetzt nochmal entle... Lass es. Ich wollt grad sagen... Tschüss! Ja, natürlich. It cheated. Der Fisch kann mich mal ganz gepflegt an meinen pelzigen Arsch lecken. Ist das eigentlich schon ein schwarzer Balken da rechts? Ich weiß es nicht, der ist immer da. Der Tanz! Das ist der Zenzurbalken. Na, du dreckst Fisch da unten... Da wird Leugis Schande zensiert. Ne, ich flieg auf das Ding zu, pass auf. Das ist das Tor nach Narnia. Ich wollt's ganz sagen. Der Zenzurbalken Narnia. Jetzt läuft irgendwann das P ab und ich fall in den Fisch rein. Das P läuft doch, glaub ich, nicht ab. Du elendiger Fisch da unten kannst du mir mal ganz gepflegt am Arsch lecken. Ich hätte so gelacht, wenn der jetzt gesprungen wäre. Das wär's gewesen, ne? Wie er die Plays auspackt. Siehst du, wie wunderschön das läuft? Und dann Mutter auf dem Stern. Ja! Deal with it! So. Oh, 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 da hat's gerade geleckt. Oh ja. Jetzt hat deine Schande gesehen. So. Ja, komm, line up. Line up the pictures and get a prize. Ah! So aber nicht. So aber nicht. Komm jetzt auf den Stern. Ja! Wunderschön. Extra Leben. Wir nennen es Ture. Wir nennen es Ture. Du sagst nochmal, du sagst das Schloss machen. Moment mal, was ist denn da? Ach, ich weiß, wo ich da rauskomme. Nirgends. Da wo es zugeschlossen ist. Hättest du immer gedacht, du sie mich überspringen kannst, ne? Ja klar. Die schick dich! Well, f**k you too! Well, f**k you too! I'm a birdie bird! Oh, you're a birdie bird! Well, f**k you too! Ich will nach links. Boah, Leute, wir müssen den Part beenden. Wir sind schon bei 18 Minuten. Egal, macht nix. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vergesst dich, den Part zu bewerten und bis dann. Ciao. Kommentare und so. Tschüss. Ja, tschüss. 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 Tschüss.